Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet, alles fit bei euch. Ansonsten momentan traden wir bei ungefähr 38.800 US-Dollar. Wir haben weiterhin wenig Volatilität im Markt. Gestern EU-Verbot ist jetzt vom Tisch, hat aber auch den Markt überhaupt nicht gejuckt. Andererseits ging es ja auch mehr ums Mining und so. Direkt Bitcoin sollte ja jetzt nicht verboten werden. Es hocken wenig Miner, sage ich mal, in Europa. Aber deswegen ist das Thema sowieso eigentlich relativ unsinnig gewesen. Aber trotzdem wurde ein Hype draus gemacht. Die Kurse haben 0,0 reagiert momentan. Aber gut, man soll ja sowieso keine News traden. Deswegen lieber gar keinen Pump als irgendwelche Pumps, die dann sowieso gleich wieder aufgefischt werden. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir starten jetzt direkt durch, wie gesagt, momentan bei ungefähr 38.800 US-Dollar. Wir tangeln hier, sage ich mal, immer noch um dieses Symmetrical Triangle rum. Wir haben weiterhin kein wirklich ansteigendes Volumen. Klar, das Kaufvolumen hat jetzt mit den letzten 4 Stunden candles etwas wieder zugenommen. Ist aber jetzt noch nicht wirklich Breakout-verdächtig. Wir haben auf jeden Fall bis morgen, ich sage mal, ungefähr 17 Uhr oder wir nehmen hier dieses Übergeordnete. Dazu komme ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Haben wir auf jeden Fall noch Zeit für ein Breakout. Ob morgen Fettsitzung, ich glaube 16 Uhr, 30 oder 17 Uhr, irgendwie sowas. Wegen den Zinsen, werden sie jetzt auf 0,5% oder bleiben sie oder gehen sie nur auf 0,25%. Der Markt erwartet momentan, glaube ich, eher die 0,25%, was ich gesehen habe. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, morgen geht dann wieder richtig die Volatilität los. Momentan ist es einfach eine Seitwärtsphase. Wir haben jetzt, sage ich mal, hier noch einen kleinen Abtrend gebildet, der hoffentlich dann auch hält, sage ich mal, über im Laufe des Tages auf jeden Fall, wenn wir nicht drunter fallen. Ansonsten halte ich weiterhin so diesen Bereich um 36.000 US-Dollar weiterhin für möglich. Hier unten liegt noch eine 1- und 2-Stunden-Demand-Zone. Wäre eine Möglichkeit, morgen eventuell mit einem kleinen Fakeout, dass wir hier unten nochmal die ganzen Stop-Losses rausholen, vielleicht von den ganzen Long-Positionen, um dann, sage ich mal, hier wirklich ein schönes Breakout nach oben hinzulegen. Aber das ist natürlich alles Spekulationssache. Wir müssen jetzt wirklich erstmal abwarten, was morgen von der FED kommt, irgendwelche Entscheidungen, kleineres Symmetrical Triangle auf jeden Fall erstmal im Blick behalten. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz den Tagesschart an. Grüße gehen raus an Felix von Valtrade. Haben wir uns in der Gruppe, beziehungsweise Felix hat es ja auch schon in die Gruppe gestellt, haben wir auch noch ein riesiges Falling-Vedge-Chart-Pattern von unserem All-Time-High, sage ich mal, aus. Sieht zwar jetzt nicht so bombe aus, so wie ich es eingezeichnet habe, aber es ist trotzdem valider hier. Wir könnten es wahrscheinlich noch ein bisschen schöner einzeichnen. Ansonsten besteht auch hier noch die Möglichkeit, bis ungefähr 34.000 US-Dollar runterzusacken und dann wirklich einen Breakout hinzulegen. Natürlich, Preisziel wäre bei ungefähr 69.000 US-Dollar immer der Beginn des Vedge. Man sollte es auf jeden Fall mal im Blick behalten. Ich halte es mittlerweile auch eher für möglich, dass es hier wirklich eintreten könnte. Wir können es natürlich jetzt auch noch ein bisschen anders so ziehen. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Es sieht vielleicht auch ein bisschen besser aus. Ansonsten Falling-Vedge auf dem Daily-Chart auf jeden Fall im Blick behalten. Und ansonsten gibt es momentan wenig zu sagen. Ich hoffe, morgen dann mit etwas mehr Volatilität. Deswegen schauen wir uns jetzt noch ein paar Altcoins an. Ethereum, gleiches Bild. Weiterhin in unserem Symmetrical Triangle. Wenig Änderungen. Wir konsolidieren auch im RSI absolut. Es gibt kein Kaufvolumen hier. Man sieht auch schön, jetzt auch mal im Daily anzugucken. Dieser Pump hier oben bis auf ungefähr knapp 5.000 US-Dollar war auch mit wenig Volumenunterstützung. Also wenn wir mal die Pumps da drüben vergleichen, im Mai letzten Jahres waren die Pumps deutlich größer. Und danach immer so, wir sind halt so leicht seitlich immer gestiegen. Ansonsten Volumen absolut abfallend. Wir befinden uns einfach in einer Konsolidierungsphase. Und ich glaube, früher oder später werden jetzt dann die Kurse irgendwann mal nach oben hin ausbrechen. Oder beziehungsweise halt nach unten in die Bonninger-Bands ziehen sich langsam zusammen. Also ich erwarte hier, wenn dann ein richtig krasses Breakout, was relativ schnell vonstatten geht. Um so wenig Retailern vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, um hier wirklich an diesen Trades dann teilhaben zu können. Also das kann ich mir sehr gut momentan hier vorstellen. Diese lange Konsolidierungszeit. Also wir reden jetzt hier von, ich sag mal Anfang Januar. Wenn wir jetzt hier das mitnehmen, sind wir so Mitte Januar rum. In einer festen Konsolidierungsphase mit abfallendem Volumen. In einem riesigen Symmetrical Triangle bei vielen Coins. Also wenn da nichts passiert, dann weiß ich auch nicht. Schauen wir uns Cardano an. Und Cardano weiterhin in einem Downtrend. Auch hier habe ich euch ja gesagt, also momentan kaufe ich hier ein bisschen Cardano nach. Auch morgen werden wir uns vielleicht mal den Cardano-BTC-Chart angucken. Auch sehr interessant. Felix hat es ja auch schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Seine Meinung dazu stimme ich ihm absolut zu. Ansonsten, wir haben es ja schon festgestellt, also die Dumps nach unten hin nehmen langsam immer weiter ab. Also es setzt hier weiterhin eine Konsolidierungsphase ein. Wir könnten hier jetzt wirklich diese Bodenbildung langsam erfassen. Wenn jetzt die ganzen News, sag ich mal, positiv sind und diese Konsolidierungsphase jetzt mal wirklich endet mit ansteigendem Volumen, kann ich mir Cardano hier auch, wie gesagt, weiterhin dieses Breakout in Richtung 1,20 bis ungefähr 1,30, je nachdem, wo wir hier dann ausbrechen sollten, vorstellen in Richtung Monats-R1. Ja, aber wie gesagt, weiterhin Downtrend, Konsolidierung, langsam nimmt der Verkaufsdruck aber hier deutlich, deutlich ab. Gut, schauen wir uns XRP an. XRP auch wenig Änderungen. Also wir hatten jetzt unser Breakout, sag ich mal, hat aber leider nicht mehr diesen Impuls nach oben hin geschafft. Wir konsolidieren hier um den Monats-Pivot. Wenig Änderungen. Wir bilden höhere Tiefs momentan noch. Also dieser Trend hält auch weiterhin, sag ich mal, Stand. Aber trotzdem, mir fehlt hier dieses Impulsive raus. Dieser impulsive Ausbruch einfach, den hatten wir zwar, aber danach einfach nochmal so ein Schwung nach oben. Der fehlt mir momentan. Also auch hier ist wieder die Luft raus. Das war wahrscheinlich einfach dieses News-Event. War auch der Grund, warum ich relativ schnell 50% rausgenommen habe. Einfach, um schon mal die Profite abzusichern. Ansonsten, der Trade läuft weiterhin mit Plus momentan. Aber trotzdem, so gefällt mir das nicht. Ich kann natürlich jetzt, da wir kommen jetzt noch gleich auf Luna zu sprechen, dass wir da vielleicht mal ein bisschen Vergleich ziehen. Aber ansonsten, wenig Änderungen. So, schauen wir uns IOTA an. IOTA wurde sich ja gestern, ich glaube, von Marv gewünscht, weil wir lange nicht mehr angeguckt haben. Also wir sind ja hier weiterhin dieses riesige Symmetrical Triangle, wo wir nach unten hin ausgebrochen sind, bestätigt. Für mich jetzt wichtig, wir haben dieses wichtige Key-Level hier unten nochmal angetestet. Also wir hatten hier eine Daily-Demand-Zone, die war hier drüben. Wurde genau auf den Dollar fast angetestet. Bounce gesehen und jetzt konsolidieren wir hier. Was aber wichtig zu sehen ist, vor allem auf dem Daily-Chart. Wir haben hier im Daily weitere höhere Hochs im Errors-Eye gebildet, während wir im normalen Daily-Chart weitere tiefere Tiefs bilden. Heißt, wir haben da schon mal eine übergeordnete Bullish Divergence. Also auch hier erwarte ich es früher oder später mal wirklich hier im Breakout nach oben. Mindestens in Richtung hier 1-Dollar-Marke, weil wir haben hier deutliche, deutliche Verluste eingefahren. Aber IOTA auch weiterhin auf meiner HODL-Liste, beziehungsweise auch Nachkaufliste, nachdem wir hier diese Zone bereits angetestet haben. Es ist natürlich nochmal kurzer WIG hier in dem Bereich von 0,62 vielleicht möglich, um diesen Schatten zu füllen. Aber gut, würde ich jetzt nicht zu überbewerten, weil es jetzt kein riesiger Schatten ist, so wie bei Phantom, wo wir gesehen haben. Ansonsten abfallendes Volumen. Wir halten unser wichtiges Level hier unten. Worst Case wäre hier sogar immer noch die 0,53 möglich, um diesen kompletten Pump aufzufüllen. Andererseits, wir hatten hier ein bisschen Konsolidierung, wo sich diese Demand auf dem Daily gebildet hat. Deswegen sage ich mal, dieser Pump ist absolut geschlossen. Da drüben, das ist wichtig gewesen. Hier drüben die Daily Demand-Zone angepasst. Bombe. Und jetzt wirklich mal eine Trendwende hier hinlegen, nachdem wir hier im RSI immer wieder eine Bullish Divergence, beziehungsweise diese immer weiter ausbauen. Gut, dann schauen wir uns mal Luna an. Luna auch wenig Änderungen. Also wir haben hier Probleme. Ich habe hier mal das FIP-Level ein bisschen gezogen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Das Golden Pocket hier wurde noch nicht angetestet. Das mache ich jetzt aber mal raus. Ansonsten, auch hier fehlt jetzt momentan der Schwung. Wir sind hier fast in unsere Verkaufszone bei ungefähr 96 US-Dollar gekommen. Aber ansonsten wenig bis gar keine Änderungen. Volumen nimmt auf dem Daily deutlich langsam ab. Keine Bearish Divergence zumindest. Also wir hatten hier eine, die hat dann ausgespielt. Aber ansonsten auch hier wenig Änderungen. Wir können mal hier in die kleineren Timemates mal ganz kurz gucken. In einem 4-Stunden-Chart seht ihr auch hier wenig Änderungen. Die Zone haben wir rausgenommen. Das war wichtig. Die bestätigen wir jetzt momentan wieder. Ansonsten hier oben wäre dann erstmal der erste Verkaufspunkt. Zumindest in dem Bereich von, ich sage mal, ungefähr 97 US-Dollar. Weil hier auch das Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung dann drin liegt. Gut. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. News gibt es momentan auch noch keine. Sollte es News geben, erfahrt ihr das natürlich in der Telegram-Gruppe. Gut. Ja. Wenn es das war, auf jeden Fall dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Wenn es irgendwelche Trades gibt, kommt ihr in die Telegram-Gruppe. Werde ich auf jeden Fall irgendwas dazu sagen. Wir hören uns morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.